Hallo, bitte kommentiert dieses Video mit euren Meinungen, gerade im Bereich der Sprachsynkletisierung. Wenn euch die Inhalte dieses Kanals gefallen klickt auf Abonnieren und ihr seid immer sofort über Neues informiert. Vielen Dank! Man findet in modernen Fahrzeugen verschiedene Temperaturfühler. Sie dienen als Luft-, Kraftstoff- oder Kühlwassertemperaturfühler. Moderne Temperaturfühler erfassen die Temperaturen elektronisch. Der Temperaturfühler ist wie folgt aufgebaut. In einem Gehäuse ist ein aus Halbleitermaterial gefertigter Messwiderstand eingebaut. Bei dem Halbleitermaterial handelt es sich um ein Material mit einem negativen Temperaturkoeffizienten. Man spricht daher auch von einem NTC-Widerstand. Ein negativer Temperaturkoeffizient bedeutet, dass sich der Widerstand bei zunehmender Temperatur verringert. Analog zum Widerstand wird der Spannungsabfall am NTC mit zunehmender Temperatur geringer. Die Überprüfung eines Temperaturfühlers kann entweder mit einem Spannungs- oder einem Widerstandsmessgerät erfolgen. Zeigt die Messung mit einem Spannungsmessgerät von PIN 5 auf PIN 4 eine definierte Spannung z.B. 5 Volt an, so wird diese bei steigender Temperatur auf einen niedrigeren Wert sinken. Der Spannungsabfall am NTC wird kleiner, weil der Widerstand bei steigender Temperatur abnimmt. Soll der Widerstand direkt gemessen werden, muss zuerst die Steckverbindung am Sensor getrennt werden. Mit dem Widerstandsmessgerät wird der Widerstand direkt an PIN 4 gegen PIN 5 gemessen. Die Widerstandswerte werden danach mit den Herstellervorgaben verglichen.